Ah, hallo Leute, ich bin's wieder, euer guter alter Freund. Letztens, als ich durch die Welt erschlinge, hatte ich einen Streit mit einem Baum. Und darum folgt heute nun die Rache. Hier ist einer dieser Übeltäter. Na, du dumm Kopf, wie geht's dir? Was? Da schaust du blöd, hä? Weißt du warum? Dein Vater war ein Fleischstift und dein Mutter war ein Hocker. Und du gingst früher sicher auf die Baumschule, du Idiot. Na, da hab ich dem Typen gegeben, oder? Ich zeig es euch allen. Denn ihr könnt mich nicht aufhalten. Mich komme die Powerfuchs.